Mitreißend. Emotional. Den Doppelpack. Historisch. Die TSG gewinnt am 7. Bundesligaspieltag erstmals in der Vereinsgeschichte beim FC Bayern München. Jetzt geht es im DFB-Pokal erneut in die Allianz Arena. Ich sag mal so, das ist, glaube ich, der einfachste Weg einen Titel zu holen. Klar, man braucht immer ein bisschen Glück dabei. Jetzt müssen wir gegen Bayern ran. Das ist natürlich nicht so einfach, sag ich jetzt mal. Aber wer weiß, wenn wir die Hürde überwinden, was noch drin ist. Bei einem Sieg würde die TSG zum ersten Mal seit 2015 wieder ins Viertelfinale einziehen. Berlin käme ein großes Stück näher. Die Bayern sind zwar die vermeintlich größtmögliche Hürde auf diesem Weg. Doch zwei Siege nacheinander geben Alfred Schreuder und seinem Team ordentlich Auftrieb. Wenn man gegen solche Gegner spielt, dann ist es extrem wichtig, dass man selbst auch den Ball hat. Top-Vereine will immer den Ball haben und wenn wir da morgen mutig aufteilen mit dem Ball, dann muss man auch versuchen, ein-, zwei-, dreimal das Spiel zu versuchen zu verlagern, dass die Münchner auch laufen müssen. Dann kommen sie nicht in die favoriten Positionen, aber dann müssen sie auch verteidigen. Und wenn wir das mutig machen, dann haben wir eine Chance, den Raum zu nutzen hinter der Kette. Wenn wir das nicht machen, dann müssen wir nur verteidigen. Auch beim Rekordmeister ist man sich um die Stärken der Hoffenheimer bewusst. Wir wissen, dass wir gegen Gegner kommen, der einfach einen guten Fußball spielt, der Fußball spielen möchte. Das ist in der Bundesliga nicht immer der Fall. Aber Hoffenheim und Alfred Schreuder, der macht das sehr, sehr gut. Also muss man einfach sagen Hut ab. Er ist ein sehr guter Trainer. Ich kenne ihn, habe eine kurze Zeit einfach mit ihm auch zusammen gearbeitet, ich habe ihm schätzen gelernt und vor allen Dingen ist er absoluter Fußballfachmann. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass er da so den Erfolg hat. Für Sebastian Rudi ist das Duell ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Er spielte 2017-18 in München und stand mit dem FCB sogar im Pokalfinale. Ja, es ist immer etwas Besonderes gegen den Ex-Freien zu spielen. Man kennt sich natürlich auf dem Platz. Ich weiß auch, wie manche genau spielen. Aber die wissen natürlich auch, wie ich spiele. Ich bin gerne einer, der auf dem Platz auch in der einen oder anderen Situation ein kleines Bäschen macht. Ja, vielleicht kann ich da einen so ein bisschen verwirren, sage ich jetzt mal, oder aus der Bahn bringen. Aber klar, da müssen auch viele Faktoren eine Rolle spielen. Vor allem, man muss einen sehr guten Tag erwischen, glaube ich, in München. Das weiß, glaube ich, jeder. Vor allem die Bayern dürfen auch, glaube ich, nicht ihren Sahnetag erwischen. Sonst wird es auch noch mal schwerer. Ja, wenn alles zusammenpasst, wenn wir alles aus uns rausholen, ist auf jeden Fall was drin. Und darauf bereiten wir uns gut vor und werden alles geben. In der Bundesliga war der Sieg in München der Beginn eines Höhenflugs. Jetzt ist die Mannschaft schon in Fahrt und bereit für einen weiteren mitreißenden Abend. München, wir kommen!